Nicht selten kommt es vor, dass Patienten mit einer genauen Vorstellung von der Brustgröße zu mir kommen und sagen, ich möchte mindestens 400 Milliliter oder 400 Gramm haben. Und das ist zum Teil überhaupt nicht zu realisieren. Ich versuche schon, meine Patienten dahin zu bekommen, ein natürliches Ergebnis zu erzielen. Aber es gibt natürlich auch öfters mal den Wunsch, einfach viel Volumen zu machen. Dem sollte man als Arzt nicht immer entsprechen, diesem Wunsch. Und ich rate auch den Patienten tatsächlich ab, wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass wir damit ein ästhetisches Ergebnis erzielen. Wir benutzen jedes mögliches Implantat, das heißt hochprofilige Implantate mit viel Form, flache Implantate, runde Implantate und tropfenförmige Implantate. Heutzutage sind die Implantate so beschaffen, dass sie nicht mehr ausgewechselt werden müssen. Das heißt, sie können lebenslang im Körper verbleiben, falls keine Komplikationen eintreten. Es wird kein flüssiges Silikon verwendet, sondern wenn, dann nur gelförmiges, vernetztes Silikon, sodass auch bei einer Beschädigung des Implantates kein Silikon in den Körper fließen kann. Bei der Brustvergrößerung nutzen wir alle Techniken. Man kann nicht nur eine Technik zur Verfügung haben, weil oft unterschiedliche Techniken erforderlich sind. Man hat die Möglichkeit, in der Achselhöhle zu schneiden, um die Brustwarze herumzuschneiden, im unteren Anteil der Brustwarze zu schneiden oder auch in der Unterbrustfalte zu schneiden. Ich bevorzuge den Unterbrustwarze, weil die Narbe gut kaschiert ist in diesem Bereich. Jede Technik ist anwendbar und wir passen praktisch die Technik der jeweiligen Brust an. Es darf nicht umgekehrt sein, sondern wir müssen immer individuell auf die jeweilige Brust eingehen können. Der große Vorteil in dieser Form der Privatklinik, die wir hier anbieten, ist der, dass wir auch nach Vollzug der Operation ständig ansprechbar sind. Das heißt, nach einem Operationsvormittag befinde ich mich nur ein paar Meter weiter und mache meine Sprechstunde und bin ständig für den Patienten erreichbar und auch im Notfall sofort zu gehen.